Hey Leute, was macht eigentlich Nokia? Diese Frage interessierte mich, als mir die Firma eines ihrer Geräte testweise zur Verfügung stellte. Auf jeden Fall bauen sie noch Smartphones und vielleicht gibt eines davon ja Hinweise, wo sich der frühere Gigant heute sieht. Das Nokia 7.2 ist ein eindeutiges Mittelklasse-Smartphone. Es kostet zum Zeitpunkt dieses Videos knapp 230 Euro mit 64 GB und 280 Euro mit 128 GB. Das Corning Gorilla Glass der Rückseite verwandelt Lichtbrechung in diesen hochwertig schimmernden Effekt, der ein toller Kompromiss aus Auffälligkeit und Eleganz ist. Das Türkis meiner Variante mit der Kamera einzufangen, ist gar nicht so leicht. In echt sieht es wirklich aus wie auf diesem Bild neben den ebenfalls erhältlichen Farben Anthrazit und Eis. Das Gerät ist sehr groß, vergleichbar mit einem iPhone 11 Pro Max, liegt aber dank des mattierten Glases griffig in der Hand. Und leider fühlt es sich dort nicht mega hochwertig an, sondern gerade am Rahmen eher nach Plastik. Das Gerät hat eine Gesichtsentsperrung, die funktioniert aber nur bei Tageslicht und sie hätten sie sich sparen können. Schneller, wenn auch nicht überragend schnell, ist da der Fingerabdrucksensor, mit dem man außerdem die Quick-Settings und Benachrichtigungen runterziehen kann, ohne das Display zu berühren. Nokia wird seinem funktionalen Ruf gerecht, in dem ein Kopfhörerausgang verbaut wurde und im Gerät Platz für zwei Nano-SIM-Karten und eine Speichererweiterung um bis zu 512 GB ist. Leider sind weder der Lautsprecher noch der Vibrationsmotor besonders gut. Das sind genau die Details, bei denen man den günstigen Preis merkt. Auch auf Wasserdichtigkeit muss man verzichten. Ein sehr cooles Detail versteckt sich jedoch im Power-Button. Er ist gleichzeitig die Nachrichten-LED des Smartphones. Die Vorderseite mutet relativ modern an. Neben dem etwas dickeren Displayrand oben, stört mich vor allem der Balken mit dem Nokia-Logo unten. Die Display-Aussparung für die Kamera ist subtil, doch beim ersten Einschalten fiel mir auf, dass gerade bei hellen Flächen ein leichtes Bleeding zu erkennen ist. Ansonsten ist das 6,3 Zoll große Full HD plus LCD-Display ein beispielhafter Vertreter seiner Art. Absolut klar, hell und farbenfroh. Die Blickwinkel sind in Ordnung, aber offenbaren natürlich den Schwarzwert als Nachteil gegenüber OLED-Displays. Doch eine Besonderheit bleibt. Das Nokia 7.2 ist HDR-fähig. Die nächste Besonderheit zeigt auch ganz klar, was Nokia wichtig ist. Auf ihren Smartphones läuft Android One. Das ist eine nahezu unveränderte Version der Software von Google, mit einer Garantie für mindestens zwei Jahre Android-Upgrades und ein drittes Jahr Sicherheitsupdates. Manche Nokias haben schon Android 10 und auch das 7.2 sollte nicht mehr lange auf sich warten müssen. Die Performance ist durchwachsen. Die meiste Zeit läuft alles wunderbar und das pure Android ist ein toller Alltagsbegleiter. Aber eben nicht jede Animation ist butterweich und Wartezeiten sind teils etwas länger. Viele machen den Qualcomm Snapdragon 660 verantwortlich, der nicht mehr der neueste ist. Je nachdem, ob man 64 oder 128 GB Speicher nimmt, hat man 4 oder 6 GB RAM. Den Einfluss davon konnte ich in Ermangelung der 6 GB Version leider nicht testen. Er wird aber nicht riesig sein. Am meisten gestört hat mich, dass es in den Einstellungen keine Möglichkeit gab, die Android 9 Gestensteuerung auszuschalten und auf normale Onscreen-Buttons zu wechseln. Für Fans des Google Assistants gibt es eine extra Taste, alle anderen können die getrost deaktivieren. Ein Blick auf die Rückseite zeigt sofort, womit Nokia punkten möchte. Drei Linsen und ein Blitz verteilen sich um den Markennamen Zeiss, mit dem Nokia schon lange zusammenarbeitet. Es gibt ein normales Objektiv mit 48 Megapixeln, ein Ultra-Weitwinkelobjektiv mit 8 Megapixeln und einen Tiefensensor. Die Bilder des normalen Objektivs werden in Superpixel umgerechnet und sind am Ende 12 Megapixel groß, was mehr als genug ist. Sie sehen definitiv gut aus, sind scharf, stark gesättigt und neigen etwas zur Überbelichtung. Mit dem Ultra-Weitwinkel verliert man sichtlich an Detailreichtum. In gutem Licht macht aber alleine der Look diesen Qualitätsunterschied wieder wett. Der Tiefensensor kommt natürlich vor allem im Portrait-Modus zum Einsatz, dessen Ergebnisse sich sehen lassen können. Hier wird der Hintergrund künstlich unscharf gemacht, um einen professionelleren Look zu erzeugen. Das heißt Bokeh und klappt natürlich nicht immer perfekt, aber gerade mit den netten Zeiss-Effekten für verschiedene Stile des Bokehs ist er gut durchdacht. Videos können mit 4K und 30 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden, wobei die Stabilisierung nur bei Full HD so richtig klarkommt. Die Schärfe ist gut, sie sind gut gesättigt und die Dynamik könnte besser sein. Über den Akku musste ich mir zu keiner Zeit des Tages irgendwelche Gedanken machen. Ich denke, 6 Stunden Screen-On-Time sprechen für sich. Dabei lädt es mittelmäßig schnell mit 10 Watt und unterstützt leider kein Wireless-Charging. Die Frage aus dem Intro lässt sich leicht beantworten. Nokia hat sich der Niedrigpreis-Strategie verschrieben. Selbst der Preis ihres Flaggschiffs, dem neuen PureView, liegt aggressiv weit unter anderen Herstellern. Für wenig Geld einen alltäglichen Mehrwert bieten, ohne Spielereien und mit pragmatischem Minimalismus. Das Nokia 7.2 ist absolute Mittelklasse. Seine größten Stärken sind der unerschöpfliche Akku und das pure Android mit Update-Garantie. Die Kamera hat keine Chance gegen ein Pixel 3a. Doch seitdem ich das Nokia schon für 230 Euro auf Amazon gesehen habe, ist dieser Vergleich auch nicht mehr ganz fair. Auch Display und Performance des Pixel wären besser, wobei das angenehme Display des Nokia heller ist. Im direkten Vergleich würde ich zum Pixel greifen oder auf ein Pixel 4a warten. Aber in diesem Preissegment ist es eng und das Nokia 7.2 definitiv keine schlechte Wahl.